oder buggy zum beispiel et cetera ich glaub die werden da eher weniger als partner agieren machen wir gleich wieder so weiter machen wir gleich so weiter wachstum ja 120 das kann man fast so sehr kohle stärker nehmen es ist so was können wir sie für die da gibt es weiter gibt es noch dass da weiter geht es stärker stärker 40 haben ja wieso nicht was gut was geht sich das so unmittelbar nur irgendwie aus ja machen wir gleich doppelt gemoppelt tschüss baballe da gibt es noch was aus leben gern lieben gern ja dann haben wir erst recht einmal alles verblasen fähigkeiten kann sonst eigentlich eh nix sein ich schau halt immer wieder trotzdem weil man kann ja nie so sicher sein besser man schaut lieber doch ein zweimal noch drüber das könnt ihr vielleicht noch irgend das verpassen das ist ja dann doch wieder ein bisschen schafft jetzt haben wir eine stufe 2 mission ich merke jetzt gerade auch keinen unterschied aber na aber man merkt schon da es sind schon irgendwie mehr da irgendwie sind da schon mehr drin mehr leid aber es ist ja auch ein kleines fleckerl das darf man ja jetzt auch wieder nicht bedenken also wenn der wenigstens ein bisschen stecken bleiben wird dann könnte ich wenigstens auch ein bisschen was machen auch die werden einmal gescheit ja so warte 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 grüßen wir den hier jetzt bist vielleicht gleich gleich mal ganz hin oh der hat gefressen bist du nachricht Gott sei dank der ist hin oderci noch ein paar sich der die ähm, ja, das geht ein bisschen wehtun um, perfekte gib, Alter, gib was? ja, die ist aber schon schnell, Alter bist du, der Panzer ist aber schon schnell also, ja, also ich würde mal sagen, der Panzer rollt bei ihr definitiv ach du scheiße also, wenn wir von ihr mit dem Panzer da reden also, so, da ähm, dass die ein bisschen was aushält eier, also, ja ich glaube, da brauchen wir nicht viel erwähnen das ist überhaupt was gespielt bei Rapids, wundert mich äh, da ist noch einer da genau dran Akume, Alter, der tobt sich jetzt schon mit der Luft aus, bist du ja, das ist der ärgste Killer ja, da ist noch eine richtige Maschine ist der muss man schon aufpassen, Alter richtige Killer Maschine perfekt, Landführer ist auch hier nice da machen wir da noch ein paar Meier weil wir müssen da schon ein paar tausende da zusammen kriegen das ist uns schon ein bisschen zu schwach aus, weil er schon wieder gehabt Digi, was ist mit dir da bist du jetzt schon überall ein Feind, oder was? ne, 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 ne wenn du an den entscheidest, lass mich ja nicht so weiter kämpfen um ich glaube, das kannst du ja so beobenen tun aufpassen, gell, in die Papen rein um, um, der hat das ja ah, der ist ein bisschen eine schnelle Geschichte hätte ich mal gesagt könnte man schon fast sagen ah, das ist eine schnelle Geschichte nicht ah, das steht auch ah, das ging sich noch schön aus immerhin ja, der Bruno ja, den habe ich auch gemacht Anführer mit dem Woi V ah, was ist denn hier? ja, den habe ich gemacht, Alter der kann, Alter der kann, Alter, wenn er will das ist sau wieder da der ja jetzt zum ersten Mal gleich mal Gear 2 benutzt das war ja der Marz der damals und dann droppte er auch gleich einmal Gear 3 dann später gegen Rob Luki das war ja das war ja das war ja grenzgenial grenzgenial war das so, dann schauen wir gleich mal, dass wir Crocodile einmal besiegen rettet haben wir ja eigentlich eh äh, verpasste Gaben und eine Abreibung haben wir eigentlich eh auch ich hoffe das äh, Crocodile jetzt nicht eh oh, let's say ich sagen wir es mal so er wird genau das andere Fleckerl ein bisschen begutachten uuuh, der kassiert auuuh, und wie der kassiert hat na? wir sind noch nicht durch wir sind noch nicht durch passt vielleicht doch mal ein klick und wir schauen uns jetzt noch das eine Fleckerl an nein, irgendwas passiert da ja dann eh, da hab ich gesagt hab gehen wir mal schön langsam hin gehen wir mal schön langsam hin da weiß was da noch passiert ja, geht doch Anführer, wo bist du? da ist ja eh der geschissene, alter das geht hier auch noch nimm du da nimm du da mhm, und wie der hieß, alter bist du narrisch ich hab ja dann einmal eine Chance gekriegt naja, ganz am Ende ist da was aber die Kisten auch noch und, meine oh, ein Ake kum da hätten schon ein bissl was her schenken können da hätten schon was her schenken können da hätten schon was her schenken können ah, Wahnsinn, mir die auch noch ich kann wissen, wenn wir da besiegen müssen nein, 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 wofür haben wir da noch, alter bist du narrisch ich glaub, da haben wir ein bissl mehr zum durchen hier, oder? Perfekt, alter Ja, besiegt und, aber es ist wieder vorbei, gib ihm noch, gib ihm noch, Pussy, scheiß Pussy, wir ihm keiner mehr geben, der kleine Warnixer, ein Wahnsinn, aber wieder mal, sieg, au, wieder da bleibt er voll, die will ich mich ja nicht darüber freuen, oh, perfekt, da haben wir gleich mal wieder was ein bisschen, voll nice, ja, er könnte es sowieso gebrauchen, ich hab definitiv eine Meinung dazu gesagt, ich hasse ihn schon seit Teil 1, glaub ich, oder zum Spielen, oder ich bocke ihm einfach nicht, ich hasse das, ich, grad bei so einem Spiel, da brauch ich meine Bewegung und der steht und schießt, na, ich weiß gar nicht, wie der so ist in der neuen Welt, das weiß ich gar nicht.